Robert Benjamin Layton war ein US-amerikanischer Experimentalphysiker und Astronom. Layton wuchs bei seiner geschiedenen Mutter in Los Angeles auf und begann zunächst am Los Angeles City College ein Ingenieursstudium, bevor er 1939 als Physikstudent ans Caltech wechselte. Schon als Student entwickelte er nebenbei Röntgenapparate für Ärzte und während des Zweiten Weltkriegs Raketen Z.B. für Angriffe auf die V-1-Abschussrampen. 1947 promovierte er am Caltech über spezifische Wärme von Kristallen. 1949 trat er dessen Fakultät bei, an der er Professor wurde und wo er bis zu seiner Emeritierung 1985 als Lehrer und 1990 als aktiver Wissenschaftler blieb. Layton schrieb 1959 ein in den USA bekanntes Lehrbuch Principles of Modern Physics und war mit Matusens und Richard Feynman an der Reform. Der Einführungsvorlesungen am Caltech beteiligt, die in den Feynman Lectures on Physics 1963 bis 1965 veröffentlicht wurden. Layton entwickelte in den 1950er Jahren Nebelkammern in der Gruppe von Carl David Anderson für die Untersuchung von Elementarteilchen aus der kosmischen Strahlung. Layton selbst untersuchte dabei zunächst den Zerfall des Myons und dessen weitere Eigenschaften, danach den vieler weiterer neu entdeckter Hadronen. Nachdem sich die Elementarteilchenphysik auf die Arbeit in großen Beschleunigern zu konzentrieren begann, verließ Layton, der Zeitlebenslieber für sich oder in kleinen Kollaborationen arbeitete das Feld und wandte sich der Astrophysik zu. Wo er Teleskope für verschiedene Wellenlängen im Infrarot- und Radarbereich entwarf, die Z.B. am Mount Wilson Observatorium am Mauner KEA und im Unswelli Radioteleskop Observatorium eingesetzt wurden. Er war ein Pionier der Helioseismologie und war Teamleiter der Mars-Sondenmariner 5, 6 und 7 Uhr morgens Jet Propulsion Laboratory des Caltech. Layton war Mitglied der National Academy of Sciences. 1988 erhielt er deren James Craig Watson Medal. Außerdem war er Mitglied der American Academy of Arts and Sciences, deren Rumford-Preis er 1986 erhielt. 1971 erhielt er die Exceptional Science Achievement Medal der NASA. Sein Sohn Ralph Layton war auch Co-Autor von Büchern mit Fan.